Herzlich Willkommen in meiner Küche. Wäre das hier gerade meine Online-Mentalismus-Show, würden Sie einen von diesen Umschlägen in der Hand halten. Alle Teilnehmenden bekommen eine Woche vor der Show per Post so einen Umschlag zugesandt. Darauf steht Do Not Open. Während die Show losgeht, bitte ich alle Teilnehmenden den Umschlag aufzureißen und alles rauszuholen, was da drin ist. Ich werde Ihnen das jetzt nicht im Detail zeigen, ich verrate aber, ich freue mich drauf, Sie in diesem wundervollen Internet zu treffen. Auf Wiedersehen, Svenja. Ist es okay, wenn ich das jetzt alles hier so stehen lasse? Für immer? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017